ja morgen herzlich willkommen auf meinem kanal beim portier schön damit ihr mal wieder eingeschaltet habt ja viele haben schon mal nachgefahren oder einige haben nachfragen nicht so viele jetzt was ich für ein pc habe was da für eine hardware verbaut ist ja das wollte ich heute mal ein bisschen zeigen also mein pc ich habe doch mal ein paar links zusammengesucht fangen wir einfach mal mit dem gehäuse an und zwar habe ich ein gehäuse vom big white das pure base 500 in weiß mit seitenfenster kommen wir das auch groß machen ja ich kann es auch groß machen so sieht das schöne teil aus der tower ist so gesagt ziemlich breit muss ich sagen da passen auch hinten und vorne 240er lüfter bei zwei stück waren dabei in dritten habe ich mir noch dazu gekauft also drei lüfter drin da sieht man es da ist auch ein schlitten bei für festplatten zum ein und ausbauen natürlich kann man da auch ssd gut verbauen hier sieht man das hier das ist eigentlich ein sehr nützliches ich sag mal gehäuse wie gesagt ist viel platz drin obwohl es ein kleines gehäuse so gehen wir mal weiter als erstes haben wir hier dann ein mainboard verbaut und zwar das msi macb 550 mörder ist zwar jetzt nichts besonderes aber für meine zwecke reicht es ja ddr4 natürlich drin so dann kommen wir weiter netzteil genau als netzteil habe ich drin ein big white 650 watt bei kabelmanagement das heißt kabel sie man hier braucht die brauchen auch nicht anzuschließen da sieht es ein bisschen aufgeräumter im pc aus ja was kommt als nächstes ich würde mal sagen die cpu habe ich verbaut ein 12 kerner von amd und zwar den amd ryzen 9 3900x ich wollte mir eigentlich den xd holen aber der war mir damals zu teuer naja 12 kerner hat er ich weiß wenn man ein intel genommen hätte wäre der für spiele besser geeignet aber da ich ja immer mehrere sachen mache wenn ich auch zurzeit streame spiele und sonst was dachte mir wir holsten 12 kerner von amd und der läuft auch wunderbar ja damit kommen wir schon zu unseren speichern riegeln und zwar habe ich da 32 gigabyte von giesgel traded set silberrote ddr4 3600 verbaut und die laufen fabelhaft so das war's mit den speicherregeln was kommt jetzt als nächstes kann ich euch meine festplatten zeigen als haupt festplatte weil ich am b 550 bord habe mit pc express 4.0 habe ich mir dazu auch eine festplatte geholt wo ich windows drauf habe und zwar ist das die wd black 850 glaube ich nennt sich die wd black pc sn 850 die ist super schnell die kann ich nur empfehlen also windows läuft darauf ziemlich fix so als zweite festplatte wo ich drauf meine spiele installiert habe ist auch wieder eine m2 aber diesmal von samsung die 970 pro m2 festplatte ein terabyte ach so für windows hatte ich noch 500 gigabyte das reicht auch vollkommen so zu was kommen wir denn jetzt ja das nächstes wäre eigentlich ach so auf meine cpu habe ich natürlich auch ein kühler drauf und zwar habe ich da eine komplett wasser kühlung von wie nennt sich das hier cross air hydro series a 100 i komplett ich habe alles ohne rgb bei mir brauche ich nicht weil der pc steht nur so so hinter monitor da muss man ihn auch blinken blinken machen oder sonst was da stehe ich nicht so drauf so kommen wir zu der grafikkarte die habe ich schon ein bisschen länger in mein pc drin also wenn ich so die preise angucken grafikkarten sind ja wirklich im preis hochgegangen also in meinem pc habe ich die rtx 2070 von asus verbaut das ist die strix die overclock die läuft schon seit zwei drei jahren in meinem pc fabelhaft liefer schon in meinem vorigen pc also ist schon ein bisschen älter aber läuft fabelhaft ich glaube damals habe ich 400 500 euro gekauft und wenn ich da heutzutage drauf gucke also bei amazon steht die bei 1300 euro ist noch eine andere version für 1222 naja ich kann es mir nicht erklären warum die so teuer geworden sind naja auf jeden fall war es das mit meiner grafikkarte ja damit sind wir für den pc erstmal durch wir haben das gehäuse manboard netzteil ja alles gesagt eigentlich kommen wir dann zu weiteren ausstattungen an mein pc habe ich natürlich auch monitor und zwar ist das der asus rog swift pg 27 8 qr mein gott hat sich noch einen längeren namen ausdenken können den habe ich als ersten monitor zweit monitor bis zum billigen klein aber dazu kommen wir jetzt nicht zur sache super monitor 165 herzen habe ich mir gekauft weil er von nvidia diese die technik mit drin hat soll ein bisschen schneller laufen wiko hd aufwesend hat er von 2560 x 1044 eine millisekunde tonal 65 herz so das war mein monitor kommen wir zu meine tastatur da habe ich die schad schack und skiller sgk 3 die habe ich mir geholt weil ich auch programmierbare tasten habe zwar habe ich denn zum beispiel wenn ich e ds2 fahre und ihr kennt das ja wenn ihr eine fracht dran habt und ist was kaputt gegangen und da müsst ihr dann die kürze eingeben was war das nochmal ich weiß nicht mehr auf jeden fall habe ich diese kürze auf mein namen pad gelegt auf 3 da wird der lkw automatisch repariert das ist auch ganz nützlich ja jetzt kommen wir zum ende zu meiner maus da habe ich die logik der g 502 eine sehr schöne kleine flinke maus auch mit programmierbare tasten an den seiten ist sehr nützlich wenn man ballerspiele spielt zum beispiel handgranaten werfen oder sonst irgendwas ja das wärs jetzt eigentlich von mir das war mein pc ich hoffe dieses video hat euch gefallen wenn ja lasst einen daumen da lasst einen like da daumen ist ja like ne oder auch ein abo oder sonstiges vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal bye bye